Hallo ihr Volleyballverrückten da draußen, hier ist wieder Volleyballfreak Steffen. Ihr habt wieder eingeschaltet bei einer Folge für Volleyball für zu Hause und diesmal arbeiten wir an unserem Floataufschlag. Wie das genau aussieht, zeige ich gleich. Willkommen zurück und ich lege auch schon direkt los. Die Übung 1, die wir hätten machen können, wäre im Prinzip der Anwurf, aber die haben wir schon in Übung 15 für Angriff gemacht, deswegen schenken wir uns die an dieser Stelle und gehen direkt zum Aufschlag an die Wand. Ihr nehmt so 5-6 Meter Abstand, werft euch den Ball auf die rechte Schulter an, wenn der rechte Arm euer Schlagarm ist und ganz wichtig diesmal, wenn ihr den Ball trefft, dass ihr möglichst zentral trefft. Also nicht wie beim Angriffsschlag Handgelenk drauf und oben drauf, sondern möglichst zentral, damit er dann auch die Floaterposition ist und an der Wand solltet ihr euch ein kleines Ziel suchen, so ungefähr auf 2,5-3 Meter, auf die 5-6 Meter Entfernung, damit ihr dann auch wirklich simuliert, dass der Ball auch übers Netz gehen würde. Und das Ganze sieht dann so aus. Das war auch schon wieder der Aufschlag gegen die Wand. Und ihr könnt natürlich noch eine Schwierigkeitsstufe höher nehmen und einen Jump Float dazunehmen und den dann gegen die Wand hauen. Das bleibt dann euren technischen Fähigkeiten überlassen. Ansonsten würde mich wieder interessieren, hat es euch gefallen? Wenn ja, lasst ein Like da, Lob, Kritik, Anregungen immer unten in die Kommentare rein. Und damit ihr die nächste Folge von Volleyball für zu Hause nicht verpasst, subscribe den Kanal und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Bis dahin sage ich Ciao! 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 Ciao!